Hallo liebe Katja. Hallo. Katja, ich freue mich total, dass du heute bei der Hundeplauderei dabei bist. Oh, warte mal, meine Brünne so schlägt. Moment, weil es war nämlich, jetzt habe ich mich gerade so, war ich gerade so konzentriert, weil ich schon wieder aus den Meetings gehungen bin. Okay, jetzt kann ich dich wieder gut erkennen. Okay, also ich freue mich mega, dass du da bist und vor allen Dingen finde ich es total spannend, weil wir uns nämlich eigentlich noch gar nicht kennen. Also wir haben einen kurzen Gespräch gemacht und ich hatte einen Aufruf gemacht in den Sozialmedien, weil ich heute, oder weil ich einen Gast oder eine Gästin, sagt man nicht, einen Gast besucht habe, zu dem Thema, ob es Zugangsbarrieren zu dem bedürfnisorientierten positiven Training gibt. Und ja, darauf hattest du dich gemeldet und da habe ich mich total gefreut. Und dann haben wir Brainstorming gemacht und sind auf tolle Aspekte und Ergebnisse gekommen. Und bevor wir jetzt loslegen, würde ich mich arg freuen, wenn du noch ein paar Sätze zu dir sagen magst. Ja, gerne. Ja, ich bin Katja. Ich wohne ganz im Südwesten Deutschlands, an der Schweizer- und an der französischen Grenze, so im Heiländereck. Genau, also viel los von allen Seiten. Und ich bin gerade in der Ausbildung zur Hundetrainerin, also beschäftige mich zumindest zukünftig dann auch hoffentlich beruflich mit Hunden. Aber ich bin natürlich auch Hundehalterin. Ich habe eine sechsjährige Samoyedenhündin aus dem Tierschutz, die jetzt seit knapp zwei Jahren bei uns ist. Und da habe ich dann natürlich auch nach Möglichkeiten gesucht, mit ihr zu trainieren. Und bin da sicher auch auf die ein oder andere Zugangshürde gestoßen, über die wir gleich sprechen werden. Und ja, ich finde das Thema einfach super spannend. Also grundsätzlich auch in anderen Kontexten, wo gibt es Zugangshürden, wo gibt es vielleicht Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Und bin da einfach, ja, aufmerksam drauf geworden und habe mir mal drüber Gedanken gemacht. Und ja, unser Brainstorming hat da auf jeden Fall auch nochmal viel ausgelöst. Und ich habe auch nochmal mehr drüber nachgedacht. Deshalb bin ich echt gespannt auf unser Gespräch heute und freue mich sehr. Ja, du hattest das Skript, was ich dir geschickt habe, ja auch nochmal so toll ergänzt mit deinen Gedanken. Ich bin gespannt, ob da jetzt noch mehr, ob du noch mehr ausgebrütet hast. Okay, vielleicht können wir ja direkt mal mit deinen persönlichen Erfahrungen anfangen. Was waren denn für dich so Zugangshürden? Sag mal nochmal, wie deine Hündin heißt, bitte. Milka, wie die Schokolade. Ja, okay. Sie ist zwar weiß, aber... Okay, also reden gar nicht so viel über Schokolade. Magst du mal darüber ein bisschen sprechen, was so deine Zugangshürden waren? Ja, also eine Zugangshürde war auf jeden Fall die Sprache. Also es gibt da ja so viele Wörter, die in dem Zusammenhang fallen, die auf Webseiten stehen, die auf Instagram-Bios stehen und wo auch immer. Und ich fand es super schwer, sich da zurechtzufinden. Also für mich war schon klar, dass ich... Also für mich war... Ich hatte noch kein Wort dafür, aber für mich war ziemlich klar, ich möchte nicht mit Gewalt arbeiten. Okay. Und da wird eben immer noch sehr, sehr viel aversiv trainiert mit Pferden leider. Da ändert sich auch was. Aber da war mir einfach klar, da habe ich gemerkt, das will ich nicht, das kann ich nicht. Das macht mir keine Freude und es muss einen anderen Weg geben. Und ich wollte einen anderen Weg mit meinem Hund gehen. Und ja, habe mir dann natürlich irgendwie Webseiten angeschaut, Instagram-Bios. Und da gibt es einfach so viele Wörter, die ich total verwirrend fand. Also bedürfnisorientiert, wertschätzend, aber auch bindungsorientiert, was man viel sieht. Oder wäre da ein gutes Team mit deinem Hund. Und ich finde es super schwierig, da rauszufinden, wer es denn jetzt wo zu verorten. Weil ganz oft passt das, was dann da steht, vielleicht gar nicht so sehr zu dem, wie es dann am Ende ist. Deshalb die Sprache, würde ich sagen, ist echt eine Zugangshürde, um überhaupt mal verstehen zu können. Was ist das denn? Da würde ich ganz gerne nochmal einhaken und dich noch was fragen. Und zwar hast du jetzt gesagt, auf der einen Seite halten die Begriffe nicht das, was sie versprechen. Aber wenn man so daran geht, dann haben sie ja schon was bei dir ausgelöst. Das heißt, du hast ja eine Vorstellung gehabt von dem Inhalt, den sie transportieren sollten. Ist es denn auch so, also das Gefühl habe ich eben manchmal, dass, ich sage mal, ein Hundehalter, der einfach nur in Anführungsstrichen ein bisschen mit seinem Hund trainieren will, der ist ja auch mit der Sprache, die wir Trainer benutzen, ja gar nicht so versiert und hat vermutlich auch gar keine Idee, was für Werte wir damit transportieren. Also könnte es vielleicht auch sein, dass diese Begrifflichkeiten in Anführungsstrichen zu abgehoben sind, zu intellektuell. Was meinst du? Also ich bin da selber nicht sicher. Ja, also ich glaube, was ich tatsächlich einen echt schwierigen Begriff finde, ist zum Beispiel fair. Weil den findet man sowohl bei Trainerinnen, die positiv bedürfnisorientiert trainieren, als auch bei denen, die das definitiv nicht tun. Und das fand ich super schwer, dann auseinanderzuhalten. Also was bedeutet denn fair jetzt für die jeweilige Person? Also sagt die Person, eine Strafe muss fair sein und das Timing muss gut sein? Oder sagt eine Person, nee, Strafen, bewusst herbeigeführte Strafen haben eigentlich in unserem Training gar nichts zu suchen. Deshalb ja, ich glaube schon, dass die Begriffe sind schon auch ziemlich hochtrabend, wenn man sich nicht mit dem beschäftigt hat. Und was ich einen ganz guten Begriff fand oder wo ich mich, das ist jetzt natürlich aber auch eine persönliche Sache, wo ich mich abgeholt habe, war so das Thema freundlich. Weil da dachte ich mir so, sehr gut. Ja, freundlich, freundlich, da kann ich mich damit identifizieren. Und ich hatte das Gefühl, man kann auch nicht unfreundlich freundlich sein. Also wenn man freundlich ist, dann hat man meistens eine freundliche Sprache, man hat ein freundliches Auftreten. Und das geht dann schon für mich in so eine Richtung, in die ich dann auch gehen wollte. Ja, okay. Das finde ich für eine schöne Idee von Leon auch eine schöne Alternative, die man auf jeden Fall auch in die Beschreibung von seiner Arbeit und von dem Training, was einem so vorschwebt, schön mit reinnehmen kann. Also es ist ja tatsächlich wirklich, wirklich schwierig, mit einem Wort einen Inhalt zu transportieren, weil jeder einen anderen Background hat und das auch anders füllt. Aber das ist eben das, wo ich auch oft das Gefühl habe, dass die Wörter, die wir, ich sage mal, wir, wir positiven Trainer oft benutzen, dass das tatsächlich eine von den Barrieren ist. Also da wäre auf jeden Fall noch Bedarf, mal drüber nachzudenken. Ja. Dann habe ich mir noch so einen Stichpunkt aufgeschrieben, könnte auch Geld eine Zugangsbarriere sein. Wie siehst du das? Ja, also ich glaube, Geld ist auf jeden Fall eine Zugangsbehörde, also ganz generell für Hundetraining. Das kostet einfach Geld. Damit verdienen Leute auch ihren Lebensunterhalt. Das soll ja auch Geld kosten. Aber klar, wenn man nicht so viel finanzielle Ressourcen hat, ist es definitiv ein Punkt. Und was ich schon sehe, wenn ich mir einfach jetzt bei uns im Ort den Schäferhundeverein anschaue, da gibt es Training für sehr, sehr kleines Geld. Da kann man für irgendwie fünf Euro, kann man da mal vorbeikommen und in so einer Gruppenstunde mitmachen. Und das Training ist sehr weit weg von freundlich und bedürfnisorientiert. Und ich glaube, der Unterschied ist schon auch, dass den bedürfnisorientierten Trainern und Trainerinnen es natürlich auch naheliegt, wenn es eine Gruppe gibt, die Gruppe so zu gestalten, dass ein gutes Lernumfeld da ist. Und das geht natürlich nicht, wenn da 20 Leute in der Gruppe sind. Und dann muss man aber im Gegensatz natürlich die Preise erhöhen, damit es sich am Ende auch lohnt. Und deshalb, ich würde schon sagen, dass auch finanzielle Ressourcen auf jeden Fall eine Zugangshürde sind. Ich merke gerade, wie schwierig das ist, sich darüber zu unterhalten, ohne so einen Trainer oder so ein Bashing zu betreiben und auch nicht so als hochnäsig oder so rüber zu kommen. Also ich meine, dass das wirklich schwierig ist. Also ich habe, versuch mal so ein bisschen und nicht versuch, ich habe so ein bisschen recherchiert, so wegen den Preisen. Und ich habe schon, also ich sage mal, Trainer, die müssen ja noch nicht nur über Strafe arbeiten. Ich will das auch gar nicht so gegeneinander stellen, aber Trainer, die eben, ich sage mal, nicht so ganz so bedürfnisorientiert. Oder die anders trainieren. Nehmen wir einfach an, dass ich hoffe, dass das mal so gar nicht wertend ist. Dass die Einzelstunden durchaus vergleichbar sind mit den Preisen, die ich, ich rede einfach mal von mir, das ist vielleicht, die ich auch nehme. Also ich rufe aktuell 80 Euro für eine Einzelstunde auf. Und dass das andere Trainer durchaus auch tun. Der Unterschied, den ich festgestellt habe, ist, zum Beispiel bei mir, ich mache, ich biete ausschließlich Einzeltraining an, weil ich eben, weil das, also so, ja, da hängt einfach mein Herz dran. Ich arbeite halt extrem individuell und schaue halt, dass ich für jedes Team so das Bestmögliche raushole. Und das, zumindest sind die Fähigkeiten mir nicht gegeben, finde ich in Gruppenstunden schwierig. Und was ich nur auf Webseiten lese, ist, dass Trainer, die ein bisschen anders arbeiten, dazu neigen, auch viel Gruppenunterricht anzubieten, der natürlich auch gewünscht wird von den Kunden. Und dabei geht vielleicht ja ein bisschen Individualität verloren. Da wird man bei dieses Gruppengefühl. Und es ist natürlich deutlich billiger. Da habe ich eben überlegt, ja, das könnte ja dann eben auch sein. Wobei ich dann denke, manche Teams, die in der Gruppe sind, könnten vielleicht gut nochmal eine Einzelbetreuung brauchen, würden damit gut fahren. Aber da ist es dann tatsächlich so, dass, ob man jetzt 70, 80 oder 100 Euro, das ist ja so eine Preisspanne nimmt, ist das eben tatsächlich so eine Zugangs-, wie sagst du, Hürde. Genau. Ich habe aber auch, das war mir am Anfang auch gar nicht so bewusst, es gibt ja online extrem viel, auch einfach kostenlos. Also es gibt ja ganz viel an Webinaren. Da muss man natürlich schon immer gucken, von wem kommt das, was ist da der Inhalt. Und das ist natürlich kein individuelles Angebot. Aber ich glaube, für so einen Einstieg, um sich einfach mal mit Training zu beschäftigen oder einfach ein bisschen einen Überblick zu bekommen, gibt es da auch schon ganz, ganz viele Angebote. Die sind einem aber oft oder die waren zumindest mir am Anfang gar nicht so bewusst. Und ja, ich glaube, da tut man auch gut dran, wenn man so ein Angebot hat, das auch wirklich, ja, zu kommunizieren. Oder wenn man was sieht von Kollegen, Kolleginnen, hier, das ist kostenlos, da kann man mal reinschauen. Ich glaube, das hilft auch schon mal, da den Eingang dann auch ins Training zu finden. Ja, aber ich denke, da ist dann wieder diese Hürde oder diese Sprachbarriere da. Ja. Diese kostenlosen Webinare und was es so alles gibt von den bedürfnisorientierten Trainern, die benutzen eben tatsächlich eine Sprache, die ja nur, ich sage mal, ich sage jetzt mal so eine Zahl, 30 Prozent der Hundehalter oder der Interessenten abholen, weil sie diese Begriffe nicht füllen können. Also das ist ja wirklich eine wichtige Aufgabe, sich da mal drüber Gedanken zu machen. Vielleicht machen das auch schon ganz viele und ich habe es nur nicht mitgekriegt. Das kann ja auch gut sein, ne? Also ich lebe ja auch so in meiner Bubble. Ja, okay. Dann, ja, wäre so der nächste Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben, wäre Bildung. Bildung hört sich auch schon wieder so herablassend an. Aber was gibt es für ein Bild, also was kann man sagen? Also es geht darum, also wir haben das mit Inhalt gefüllt, vielleicht kommen wir dann auf den Besseren. Ja. Dass so Trainingskonzepte manchmal nicht so leicht nachvollziehbar sind, wenn man noch nie über bedürfnisorientiertes Training nachgedacht hat und vielleicht auch der Trainer, der es vermittelt oder die Trainerin, vielleicht auch nicht das nötige Geschick hat, nicht ausgewählte Menschenlehrer sozusagen. Ja. Also das war so eine Idee, die ich hatte. und ja, auch so diese, ja, gibt, also diese Kenntnis darüber, dass es auch überhaupt verschiedene Trainingsansätze gibt. Und es gibt ja, also, ja, wie soll ich sagen, also der Baum geht ja nach oben weit auf zwischen bedürfnisorientierten Trainern und zwischen Trainern. Manche arbeiten ja wirklich noch mit richtig Strafe und viele befinden sich eben auch dazwischen. Ja. Weißt du noch, worum es ging oder soll ich dir noch mal eine Frage stellen? Nee, also das war mir am Anfang, also ich glaube, das ist, wenn man einen Hund bekommt und dann ist man engagiert und denkt so, hey, ich möchte aber mit dem Hund auch trainieren, das ist mir wichtig. Es gibt vielleicht auch erste Baustellen. Und dann das erste Ding ist, also was man zumindest in meiner Generation wahrscheinlich macht, ist Googeln so. Ja, klar. Und dann googelt man erst mal Hundetraining-Ort oder Hundetraining. Und dann werden einem ja Sachen ausgespuckt. Und mir war am Anfang überhaupt nicht klar, es gibt da verschiedene Ansätze und man muss sich überhaupt überlegen, nach welchem Ansatz man trainieren will. Ich glaube, das ist auch ganz vielen Leuten, auch wenn ich in meinem Bekanntenkreis erzähle, hier, ich beschäftige mich mit Hundetraining, ich mache eine Hundetrainerin-Ausbildung und mir dann irgendwie bestimmte Fragen gestellt werden, wie würde man das machen oder so. Da kommen die Leute dann ja immer schnell. Oder mein Nachbar macht das und das. Und man denen dann erklärt, okay, es gibt aber unterschiedliche Ansätze, wie man da rangehen kann, abgesehen davon, dass man grundsätzlich ja keine Ratschläge geben kann, wenn man irgendwie das Team nicht kennt. Aber es gibt einfach unterschiedliche, ich würde sagen, ein unterschiedliches Hundebild. Also ein unterschiedliches Bild, wie man den Hund wahrnimmt. Und ja, ich glaube, das ist gar nicht so in den Köpfen vorhanden. Ja. Okay. Ja, das stimmt. Ich danke dir für deine Gedanken, weil ich merke, das ist schwer in Worte zu fassen. Das sind so viele Aspekte, die da so mit reinstehen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, das hast du echt gut zusammengefasst. Danke dir. Ja, dann hatten wir noch, da hatten wir noch die Idee, dass Werbung auch viel ausmachen könnte. Also ich kriege zum Beispiel auf Facebook regelmäßig von einem bestimmten Hundetrainer Werbung angezeigt, die sehr, und auch das meine ich nicht negativ, sehr plakativ ist. Also das heißt, ich arbeite viel mit Bildern, mit ein paar Schlagwörtern. Und wo aber überhaupt nicht rauszuhören ist eigentlich, wie dieser Mensch arbeitet. Also ich weiß, dass es nicht so in meinem Sinne ist. Ja, aber da gibt es sehr, sehr viel Zuspruch. Also das heißt, Werbung scheint, wir wissen es ja alle, eine große Rolle zu spielen. Und die Frage ist aber, warum Trainer, die eher aus dieser bedürfnisorientierten Ecke kommen, nicht so geschickt darin, Werbung zu machen. Achso, was mir noch auswirkt. Ja. Oft auch, also eigentlich sind es, also eigentlich fast ausschließlich Männer, die dort Werbung machen. Die sind auch, die sind auch schick und hübsch und charismatisch, ne, so. Ja, genau, wollte ich noch mal sagen. Ja, ich glaube schon, dass, damit Werbung gut ist, muss sie irgendwas versprechen. Und ich glaube, dass sich damit viele Trainerinnen aus unserem Bereich schwer tun, weil man sagt, realistischerweise können wir nichts versprechen. Weil es ist extrem individuell, was am Ende dabei rauskommen wird. Es ist von so, so vielen Faktoren abhängig. Und man kann eigentlich seriös nicht versprechen, dass du in x Tagen Laienführigkeit haben wirst oder in x Monaten allein bleiben funktioniert. So, das kann man einfach eigentlich nicht versprechen. Aber Werbung ist ein Versprechen. Und ich glaube, das ist einfach so ein Zwiespalt, in dem man sich dann auch befindet. Weil man will natürlich keine falschen Erfolgsversprechen machen, ganz klar. Aber man will schon auch ja die Leute motivieren, zu einem zu kommen. Also was ich sehe, was gut funktioniert, sind so Vorher-Nachher-Vergleiche. Und ich glaube, die kann man schon unterschiedlich gestalten. Die kann man schon so gestalten, dass irgendwie transparent wird, hey, das ist eine individuelle Geschichte von diesem Team. Aber dieses Team hat das und das erreicht. Oder man kann die gestalten mit, nimm meinen Plan und dein Hund wird in 30 Tagen auch so an der Leine laufen. So, ich glaube, ja, da muss man halt so eine Balance finden. Wie kann man ethisch vertretbar Werbung machen, ohne Versprechen zu leisten, die nicht realisierbar sind? Okay, das heißt, manchmal beschleicht mich so ein bisschen das Gefühl, dass Trainerinnen, die eher aus der bedürfnisorientierten Ecke kommen, vielleicht gar nicht so gute Unternehmer sind oder Unternehmerinnen sind. Aber auch das kann man nicht über einen Kamm scheren. Aber ich sehe, also ich kenne keinen Internetwerbeauftritt, der so viele Kommentare und so viele Klicks hat und Likes hat, eben die aus der, sag mal, ganz leicht oder aus der Ecke, die ein bisschen anders arbeiten. Ja, was machst du eben, womit verdienst du dein Geld? Ich bin tatsächlich in der IT-Branche unterwegs und im Produktmanagement. Also ich glaube, dass ich da zumindest, ich mache mir zumindest auch viele Gedanken über das Thema. Okay, ja vielleicht, ja dann bin ich total gespannt, wenn du dann deine Punkte aufmacht, wie du dich präsentierst nach außen. Aber dann wärst du doch vielleicht mal ein Ansprechpartner für Werbe-IT. Ja, aber es ist natürlich, es ist einfach ein schwieriges Thema. Aber ich glaube schon, dass man da viel rausholen kann. Ja, das denke ich auch. Also man muss sich einfach nur mal damit beschäftigen. Und deshalb habe ich ja auch diesen Gedanken oder die Idee zu dem Gespräch gehabt, dass man einfach mal zusammenträgt, an welchen Stellschrauben man noch drehen könnte, um unsere Inhalte mehr zu präsentieren. Genau. Dann hattest du noch diese tolle Idee, die hattest du noch nachgetragen, zu viel Mental Load. Vielleicht magst du das auch nochmal ausführen. Ja, also ich glaube, es ist natürlich da auch total individuell, aber es gibt einfach Personen, die haben einfach einen extrem hohen Mental Load. Die haben extrem viele Sachen, die auf ihrem Tisch liegen. Das können irgendwie Kinder sein, Hunde, Krankheiten, Krankheiten von Kindern, Hunden, Job. Irgendwie man ist Alleinverdiener oder vielleicht auch Alleinerziehend. Das sind natürlich alles extrem belastende Dinge und total viele Bälle, die man so in der Luft halten muss. Und manchmal habe ich das Gefühl, einem wird dann vermittelt oder es kommt zumindest manchmal das Gefühl rüber, gerade so in Social Media, wenn man dann positiv trainiert, so dann muss man ganz viele Sachen machen. Da muss man ganz viel umstellen und da muss sich ganz viel ändern. Und dann muss man halt auch noch auf die Bedürfnisse von so einem Hund achten und die Körpersprache lesen und managen. Und das sind halt wahnsinnig viele Sachen, glaube ich, die auf einem einprasseln, wenn man in so einer Situation ist, wo man dann denkt so, boah, ich wünsche mir gerade eigentlich einfach, dass der Hund aufhört zu bellen. Weil ich kann das gerade nicht ertragen von meinem Stresslevel her. Und ich glaube, das ist auch einfach, man muss da auch eine Sprache finden, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen und auch für die Leute Lösungen zu finden, die funktionieren. Ja, ich habe natürlich eine sehr genaue Vorstellung oder Idee davon, was du da gerade beschreibst. Das heißt, wenn jemand mit seinem Leben und das Gerät, das geht ja ganz schnell, einfach mal kurz überlastet ist und noch nicht mal besorgen kann, dass die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden, dann steigt natürlich der Frustlevel enorm an und dann ist man ja überhaupt, dann ist man einfach nicht mehr in der Lage, auf die Bedürfnisse von anderen zu achten, geschweige denn, die auch zu befriedigen, außer sie gehen mit den eigenen konformen. Aber das ist ja auch nicht auf der Fall. Ja, aber weißt du, manchmal denke ich auch, also klar, es gibt immer mal so Lebensphasen, wo es anstrengend und schwierig wird, dann ist das eben so. Aber dann hat man ja meistens, oder hoffe ich auch, ein Polster, wo der Hund dann eben so gefestigt ist und auch merkt, okay, jetzt ist gerade ein Hund gezeigt und er hat Strategien, lächst sich hin oder macht irgendwas oder geht die Welt ja nicht von unter. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass Hunde sich einfach auch manchmal zu schnell angeschafft werden. Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Und das finde ich dann auch so, also dann überlege ich mir halt oft so, ja, was ist unsere Aufgabe? Also wir können ja, wir sind ja keine Familientherapeuten oder Psychologen, die da regulierend so eingreifen können in den Familienalltag. Und wir können ja auch nichts anderes als die Wahrheit sagen. Das heißt, wenn Bedürfnisse auch von Hunden, ja, wenn die häufig übergebügelt werden und keiner richtet sich danach und keiner versucht, dem Hund gerecht zu werden, dann sind natürlich Verhaltensauffälligkeiten vorprogrammiert und die können wir dann auch nicht recht zaubern. Genau, also das ist ein sehr, sehr heikles Thema, was ich auch, also wenn ich hier spazieren gehe mit meinem Hund hier in der Siedlung, sehr oft beobachte, wo man richtig spürt, dass die Menschen, die sind einfach durch, die sind mit ihrem Leben nicht überfordert, aber einfach durch, die bräuchten eigentlich hier in Ruhephasen. Und da habe ich zum Beispiel, da habe ich oft so das Gefühl, dass erhoffen sie sich von einem Spaziergang mit dem Hund, was dann funktioniert, weil der Hund eben so eigene Ideen hat wie so ein Spaziergang. Und vor allem, ich merke es an mir selber. Also ich habe gerade eine Gastündin hier und die hat auf dem Spaziergang ganz andere Bedürfnisse als der Oliver, also als mein Hund, als ich schon 13 und steht manchmal sehr lange rum und guckt. Und da merkt man auch so, manchmal muss man sich auch einfach in den Arm nehmen und sagen, ist alles gut. Also ich glaube, ich ist auch schon so ein bisschen dement und so. Und ich merke halt auch, je länger mein Tag war und je mehr ich an Frust auch aufgebaut habe, da wird ja gar nicht viel dazu, sondern es ist einfach die Impulskontrolle leer. Ja, dann wird es schon schwierig. Genau, da habe ich aber natürlich auch keine Lohnung für. Ja, ich glaube, was da halt hilft im Außenauftritt, ist so ein bisschen Strategien mitgeben, wie man damit umgehen kann, wenn man selber keine Kapazitäten hat. Und dass es auch okay ist, wenn man mal keine hat. Ja, klar. Und dann hilft halt Management und dann hilft halt mal Futter streuen und der Hund ist beschäftigt. Und dann gibt es halt keinen großen Spaziergang oder keinen Spaziergang, wo ich weiß, so der wird jetzt für mich schwierig. Ja, ich glaube, das hilft da schon auch, um die Leute abzuholen, die sich manchmal in so einer Situation befinden. Das stimmt. Und was ich finde auch helfen würde, ist, dass man, bevor man sich einen Hund ins Haus holt, dass man, ja, dass man sich da vielleicht doch gerne nochmal Paratschläge holt. So wie viele Kapazitäten und Ressourcen braucht eine Sterne von mir? Ja. Das finde ich doch so schön. Und das ist auch so, das haben wir jetzt gar nicht im Skript stehen, aber das ist auch so was, was so wichtig wäre, dass man ein paar mehr Informationen im Vorfeld hat und dann vielleicht auch einfach eine andere Entscheidung treffen kann oder die eigene Entscheidung nochmal überdenkt. Also diese Idee, dass man sich quasi wirklich, man holt sich einfach ein Kleinkind ins Haus. Ja, ja. Und sich halt auch zu überlegen, was der Worst Case ist. Also bevor wir, also wir haben sehr, sehr lange überlegt, bis Milka zu uns kam und wir haben gewartet, bis wir in ein Haus gezogen sind und im Garten und so. Also es war eine sehr lange Entscheidung. Aber wir haben uns halt auch überlegt, was sind denn so die Worst Cases? Also was passiert denn, wenn wir, wenn sich beruflich was ändert? Wie können wir denn dann trotzdem noch sicherstellen, dass sie gut betreut ist? Gibt es da irgendwie Familie dahinter? Oder wie können wir das sicherstellen? Was passiert denn, wenn einer von uns krank wird? Wie können wir das leisten? Also ich meine, natürlich, wenn der schlimmste Fall eintritt, muss man sich immer neu sortieren. Das ist ja klar. Aber sich einfach vorher zu überlegen, was bedeutet das einfach für uns? Und was sind so Dinge, die eintreten könnten? Ja, ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Ja, okay. Was haben wir noch? Wir haben noch die Verfügbarkeit von berufsorientierten arbeitenden Trainerinnen. Das heißt, dass es eventuell schwierig ist, eine Hundeschule vor Ort zu finden, weil das ist genau das, was du eben gesagt hast. Bei Buch sucht man meistens erst mal, so weit ich nicht, so 20, 30 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernt. Und ich weiß gar nicht, wie die Abdeckung ist. Also ich weiß zumindest hier, weil ich hier gesucht habe, wir haben uns am Ende entschieden, online zu trainieren, weil wir hier nichts gefunden haben. Ich meine, es war sowieso auch noch Corona-Zeit damals und sowieso etwas schwierig. Aber es gibt jetzt eine neue Kollegin vor Ort, mit der habe ich mich auch schon getroffen hier. Genau, die gibt es, aber die gibt es jetzt noch nicht so lange. Und es gibt dann so 80 Kilometer weiter, gibt es eine größere. 80 oder 18? 80. Also das ist schon ein Stück. Ja, okay, ja. Also dann sage ich mal so, dann ist so diese Verfügbarkeit auf jeden Fall, also zumindest die Vor-Ort-Verfügbarkeit, ist eben auch eine Hürde, ne? Genau, okay. Dann hatten wir noch das Stichwort, was erwartet mein Umfeld? Ich glaube, das kam auch noch mal von dir. Ja, also das habe ich auch ganz stark gemerkt, wenn man jetzt einen Hund hat, der vielleicht in der Öffentlichkeit ein Verhalten zeigt, was von anderen Menschen jetzt nicht so gut geheißen wird. Also der Hund bellt zum Beispiel oder geht nach vorne. Dann habe ich zumindest erlebt, dass ganz oft eine Erwartungshaltung aus dem Umfeld kommt, ja, aber du musst den ja jetzt bestrafen. Oder Milka hat zum Beispiel gelernt, dass es eine ganz gute Idee ist, wenn sie Elektrogeräte holt. und uns bringt. Dann bekommt sie ja immer Sachen und sie hat relativ schnell verstanden, dass es super ist. Und ja, also wenn man mal ein Elektrogerät sucht, kann man sie auch losschicken. Aber es ist natürlich manchmal die Fernbedienung, von der ich jetzt nicht gerade möchte, dass dieses Programm wechselt. Aber ja, mittlerweile klappt auch ganz gut. Wir können tauschen und dann bekommt man es auch wieder. Aber wenn dann Besuch war teilweise, gab es dann schon mal so einen Kommentar wie, also ich würde sie jetzt einfach aus dem Maul reißen. Und dann erkläre ich natürlich, warum ich das nicht tue und dass ich gerne möchte, dass es immer wieder zu mir bringt, was sie ja tut. Aber da ist dann schon einfach so eine Erwartungshaltung von anderen Leuten da. Und ich glaube schon, dass man sich da dann auch sicher sein muss selber, dass man da nicht drauf eingeht oder nicht mal so einen Ratschlag von irgendjemandem befolgt oder auch auf dem Spaziergang. Also bekomme ich zumindest öfter mal so einen Kommentar mit. Die kriegt aber auch nur Leckerlis. Ja, die kommt ja auch. Aber da muss man sich halt schon, glaube ich, auch irgendwo rüsten dagegen und sich so eine gewisse Schlagfertigkeit... Okay, das heißt, du meinst das so, man hat quasi schon so den Zugang gefunden zum positiven Bedürfnisorientierten Training und man läuft aber natürlich immer so ein bisschen Gefahr durch den Erwartungsdruck doch mal anders mit dem Rund umzugehen. Ja, genau. Ja, das verstehe ich. Ja, also ich kann das auch gut nachvollziehen und ich glaube auch nicht, dass das so schlimm ist, wenn man dem Druck mal nachgibt, weil wir ja einfach auch irgendwie soziale Wesen sind. Menschen sind, ja. Genau. Aber ja, das hat es sein, vor allem, wenn man vielleicht auch ungefähr aufwärts und dann kommen wir dann mal zum nächsten Punkt, wo die Tradition vorherrscht, das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Wir haben schon Zeit genommen und sind umgegangen und dem ging es ja auch gut. Also da gegen Bewohner und Traditionen anzugehen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Hürde. Mhm, ja. Hast du das auch erlebt, ist einer von deinen Familienmitgliedern, also hat er vielleicht eine Tradition im Umgang mit dem Hund oder? Also meine Familienmitglieder sind zum Glück alle relativ, also die hatten alle keine Hunde und ich finde das immer ganz, ganz schön, dass Leute, die keine Hunde haben, haben normalerweise erst mal die Intuition, total lieb zu Hunden zu sein. Ja. Und von dem her hat das schon ganz gut geklappt, so. Also klar, es gab schon Leute, die haben sich dann mal irgendwie so die Berühmten im Fernsehen angeschaut und gesagt, ja, aber der macht das doch so und so im Fernseher. Warum macht ihr das nicht? Oder das finde ich besser, wie die Person im Fernsehen das macht. Aber ich glaube auch, dass, ja, Milka wickelt einem total schnell um die Pfote und sie ist einfach ein sehr, sehr liebevoller Hund und ich glaube, sie hat da einfach viel dazu beigetragen, dass ihr dann auch durch ihren Vertrauensvorschuss, den sie gibt, ihr dann eben auch alle entgegenkommt. Ach, wie schön, das freut mich, kriege ich direkt eine Gänsehaut. Oh, wie schön. Also ich finde aber auch, dass Samoyeden so, das sind auch, wie soll ich das sagen? Also ich finde den Begriff hübsch gar nicht richtig, aber ich finde schon auch, dass die extrem sympathisch aussehen und ein schönes, offenes Gesicht haben. Ja, das stimmt. Diese dunklen Augen und dann auch so diese kleinen Ohren. Und also ich finde die auch wirklich, ja, ich finde, die sehen auch schon irgendwie liebevoll aus. Ja, also die meisten, die ich kenne, sind auch tatsächlich auch aus schlechten Verhältnissen sehr menschenbezogen und sehr offen. und ja, Menschen mögen das halt, wenn Hunde auf sie zukommen und sie direkt mal anstupsen und anschauen. Das mögen wir halt und ja. Ich glaube, deshalb haben wir ja auch Hunde. Also weil wir fassen sie einfach gern an und wir freuen uns über ihre Aufmerksamkeit. Genau, ja. Okay, meine Liebe, haben wir noch was vergessen? Wir haben noch, ich habe hier noch als Stichwort den persönlichen Hintergrund stehen. So ein bisschen so gut, sich darüber zu unterhalten. Aber ja, wenn man, ich denke, das sollten wir ruhig ansprechen, weil es kann eben auch eine Hürde sein. Ja, auf jeden Fall. Also magst du gerne, du kannst da gerne einsteigen. Ja, also ich finde, wenn man anfängt, bedürfnisorientiert zu trainieren, muss man sich erst mal ganz viel mit sich selber beschäftigen. Man muss ja erst mal selber verstehen, was sind irgendwie meine Bedürfnisse? Warum triggern mich bestimmte Verhaltensweisen von meinem Hund überhaupt? Und ja, auch für sich selber die Empathie entwickeln, auf sich selber zu achten. Weil nur wenn man auf sich selber achtet, kann man auf ein anderes Lebewesen achten. Und ich glaube schon, dass es eine schwierige Aufgabe ist, gerade wenn man das vielleicht selber in der Kindheit nicht so erlebt hat oder auch selber strafbasiert erzogen wurde, da wirklich dann dahinter zu kommen. Und das ist auch, glaube ich, das kannst du mir noch mal sagen, als Trainerin echt eine große Herausforderung, die Menschen da auch zu begleiten in dem Prozess mit sich selber eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also und ich finde auch, da ist auch nicht jeder Trainer gleich gut, weil, also ich glaube jetzt in den neueren Ausbildungen zum Hundetrainer, zur Hundetrainerin, wird da ein bisschen mehr Wert drauf gelegt. Aber früher wurde auf die Ausbildung oder auf den Umgang oder wie soll ich sagen, mit Menschen kaum Wert. Und also ich finde, man muss schon ein großes Maß auch an Interesse mitbringen an dem einzelnen Menschen. Also so sehe ich das. Und viel Fragen, ich frage immer, wie geht es dir damit? Wie fühlst du dich? Ist das okay? Können wir was anderes machen? Aber auch das ist natürlich schon vielen Menschen zu viel, weil erst mal rauszufinden, wie fühle ich mich denn jetzt mit dem, was ich mit meinem Hund mache, wollen ja auch viele Menschen gar nicht wissen. Also es ist wirklich ein Feld, wo man, also wo ich auch merke, wo ich mich auch, also ich schule mich ja sowieso ständig weiter, aber wo ich noch lange nicht am Ende bin, zu gucken, ich möchte eben gerne auch eigentlich alle Menschen mitnehmen oder eben auch, ja, die Möglichkeit geben, einfach liebevoll mit ihrem Hund umzugehen und nicht an der Leine zu rücken, weil es gerade einfach ist und weil es nervt, wenn der Hund an der Leine zieht. Aber der Zugang ist für mich oft nicht einfach. Also, weil ich bin halt eher so der Typ, der immer nachfragt, ist das okay und wie möchte ich es nicht? Aber ich sage mal so, einen Trainingsplan oder ein Training so zu gestalten, dass ich vielleicht den Menschen auch gar nicht so viel Wahlmöglichkeit lasse, sondern dass er sagt, okay, die Anja hat gesagt, wir machen das und es aber trotzdem eben von den Inhalten so zu kreieren, dass es gewaltfrei, bedürfnisorientiert für den Hund ist und dass der Mensch aber quasi wie so ein kleines Rezept bekommt. Weil das bekommen sie ja in, ich sage mal, in Hundeschulen, die vielleicht schon mal sagen, ich block mal den Hund, wenn er nach vorne geht oder wenn er in die Leine geht, wenn ein anderer kommt, dann gucke ich mal an der Leine. Das sind ja Rezepte und die kann ich mir immer gut ausführen. Und ich denke, auch wenn wir natürlich immer sagen, nein, wir können eigentlich keine Rezepte verschreiben, sollten wir uns vielleicht doch bemühen, ja, sowas irgendwie zu basteln, wo dann vielleicht schon ein bisschen von unserem Anspruch nach hinten runterfällt, aber wo wir einfach Teams trotzdem glücklich machen können. Ja, so dieses Wenn-Dann, damit man einfach schnell reagieren kann. Genau, und nicht der Mensch noch lange überlegen muss, was sagt jetzt mein Bauchgefühl, wie hätte ich es gern? Ich hoffe, ich ziehe das jetzt nicht so ins Lächerliche, aber eben, wo wir den Menschen dazu befähigen, zu handeln, ohne dass er großartig nachdenken muss. Weil nur dann wird es ja auch tun in Stresssituationen. Ja, das glaube ich auch. Ja gut, aber ich meine, es heißt ja nicht nur, weil ich es bisher noch nicht geschafft habe, vielleicht haben es ja schon andere Trainerinnen geschafft, die kenne ich nur nicht. oder wenn es die auch noch nicht gibt, heißt es ja nicht, dass es das nie geben wird, sondern man muss sich halt immer weiterentwickeln und neue Ideen kreieren. Und deshalb ist mir das ja auch so wichtig, hier unser Gespräch heute zu führen. Wir sind nämlich fertig. Oder hast du noch? Nee, ich glaube, ich habe, auf der Liste steht nichts mehr. Das war auf jeden Fall super spannend. Ja, fand ich auch. Also es ist einfach ein ganz weites Feld und ich habe jetzt, ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt an jedem Aspekt mal so ein bisschen gekratzt. Jeder Aspekt kann jetzt eine ganze Folge sein. Aber ich finde das ganz schön, dass wir da versucht haben, ein bisschen Struktur reinzubringen und zu gucken, an welchen Stellschrauben man drehen kann. und man kann dann eben auch selber als Trainer oder Trainerin schauen, ja, wo ist so mein Part, wo könnte ich vielleicht nur ganz allein für mich und meine Kunden noch ein bisschen was sagen. Ja. Super. Liebe Katja, möchtest du noch was sagen? Nein, vielen Dank. Es war sehr schön. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ach, das freut mich. Ja, mir auch. Prima, Katja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ach nein, halt, ich habe ja noch was vergessen. Das vergesse ich immer. Ich wollte ja noch natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich bitten, den Kanal auf YouTube gern zu abonnieren und auch gerne die Videos zu kommentieren. Da reicht auch schon ein Herzchen aus. Es geht letztendlich immer um den Algorithmus. Und das Gespräch wird ja auch auf Spotify veröffentlicht. Und da würde ich mir auch, also würde ich mir wirklich wünschen, dass ihr dem Podcast folgt. Okay, jetzt bin ich fertig. Mach's gut, liebe Katja. Super, mach's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.